Oh mein Gott, direkt hinter uns. Ja. Wollen wir hier zu den Steinen dann aussteigen? Der ist an den kleinen Häuschen dann, ne? Seht ihr ja. Ich stürm, ein bisschen. Lol. Was war das denn? Hat er sich was denn mal in die Luft? Nee, hat er nicht, aber fast. Er hatte aber ne Granate und ist hintergeworfen. Meine Granate liegt. Hier liegt ne Kiste? Ja, hier liegt ne Kiste. Ich wurde aber auch grad nochmal beschossen. Irgendwo von der Schule, glaub ich. Weißt du? Der hat noch nen Extended, der hat auch 5.56er hier. Der Kipp hat sich aber nicht selber umgebracht, ne? Nee. Nee, hat er nicht. Ja, ich werd beschlossen, ich weiß nicht von wo. Ich glaub irgendwo Westen. Westen? Ja, ich frag, ich hab nichts im Hallen. Jeden Schalldämpfer. Alleine ein bisschen Scope-mäßig was? Ja, ich hab nur Reddots. Ja, wir müssen weiter. Ach geht, wir können hier eigentlich hochlaufen. Gleich. Wenn die Artillerie vorbei ist. Vielleicht geistreicher. Denk dran, das kann doch immer noch welcher in der Redzone sein, ne? Wir können wissen, wo der Typ in ist. Das ist wahrscheinlich der, der da drin liegt, oder? Nee. Nee, der Westen muss da sein. Der einzige, der gestorben ist, ist auch seit der Bladeszone gestorben. Ja. Er liegt hier irgendwo im Busch im Gras. Ah, er wird wieder beschlossen. Ja, hier unten am Baum. Ich hab ihn gesehen. Richtung, was ist das? Nordwest, unten an den Bäumen. An dem, bei dem Stein. Vor dem Stein, der. Der ist fast tot. Instant. Nein, der ist nicht okay. Ich darf hin. War ein Insta-Kill? Ja, war ein Insta-Kill. Was ein Wixer, ey. Holy fuck, ey. Ich dachte eben so, das ist eine Wurzel. Dann guck ich genau. Wow, die Wurzel. Guck ich mich an. Erinnert mich zufällig dabei. Ich guck. Was hat auch jetzt gerade wieder geschossen? Westliche Richtung ist auf jeden Fall noch Feuer, ordentliches. Die könnten da gleich kommen. Ja, drei Reifen kaputt. Fertnummer. Warte mal kurz. Alex, gib mal Deckung. Lauf mal kurz rüber. Dann. Bringst du gleich nach. Wenn wir hier alle in diesem Tal sind, dann ist Todeszone. Oh, nichts zu sehen. Doch, links, links, links. 150, Pato. Am Baum. 150. Welcher Baum? Da ist es. Ich werde beschlossen von ihm. Der hintere zum Haus hin. Weiter durch die Senke. Brizar kann ihn vielleicht flankieren. Sind, glaube ich, zwei sogar. Ungefähr von uns jetzt 120. Ja. Ich versuche, links rum zu gehen. Brizar geht rechts rum. Ja, ich sehe ihn. Er läuft zurück. Ausgenockt. Ja, ausgenockt. Das heißt, irgendwo hier noch Mates von ihm. Bei dem einen Haus hier bei mir. Bei dem einen Haus bei mir hier Räucherts. Wollt ihr den Typen looten? Ja, ich loote ihn gerade. Ich sehe er looten, ja. Bei diesem kleinen grauen Aufbau. Häuschen da. Ja, ich liege ein bisschen weiter im Südwesten oberhalb auf dem Hügel. Ich sehe hier ist nichts bisher. Halt mal das große Haus im Auge vor allen Dingen und unsere rechte Flanke. Alex, wollen wir in das kleine Haus, wo die Rauchgranate nebenbei war? Da sind auch hier einer rein. Ich werde ja wo schossen. Wo? Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Ja, in dem kleinen Häuschen war auf jeden Fall was. Komm, wir gehen hier hinter durch. Südwesten. Er kommt uns loko. Er bist du geschützt. Boah, ich hasse dieses Haus, nur zu kämpfen da drin. Ich auch. Wir müssen erst den Upper Floor einnehmen. Okay, bereit? Okay. Ja. Ich stürm hoch. Kommt ein Auto. Ich fahr das. Ja. Noch an, also ist noch Loot hier. In diesem kleinen grauen Gebäude Richtung Osten, genau. Da ist auf jeden Fall noch was. Ja. Da sind auf jeden Fall noch Leute dran. Wir müssen das Haus jetzt clearn. Level, zeig Helm bei mir. Auf dem Balkon. Klärt das Haus komplett oben erstmal. Ja, Pato, links war auf jeden Fall einer außerhalb vom Haus schon, ne? Äh, wir würden nicht smoke ich müssen. Ja, ja, die schreit nochmal nicht smoke. Die versuchen wahrscheinlich rechts rum. Was machen wir? Okay, das sind nicht wir. Ja, einer läuft. Jungs, wir müssen aber auch laufen, ne? Wir müssen gleich Richtung Süden. Spring runter vom Balkon. Ja, dann lass ich. Ich spring. Ich guck noch ein bisschen. So, go, weg. Lauf. So lange die da Krieg haben, lauft. Einer läuft links rum. Pass auf. Da läuft links rum zur Zone. Ähm, auf 120 Grad. Roter, roter Kopf. Der Gegner rechts vorne, 285 Grad. Reza, du läufst direkt auf ihn zu. Ja. Von hinten kommt jetzt gleich Pato. Siehst du die? Hinter uns, links? Ja, gesehen. Ich sehe die beiden. Wow. Scheiße. Einen habe ich ausgenaukt. Pass auf, Alex. Wir sind da schon. Noch einer ausgenaukt? Loco. Oh, ich muss mich heilen. Okay. Wieder auf die andere Seite, bitte. Auf die andere Seite vom Stein. Von hinten kommen mich auch welche. Linke Seite ist clear. Linke Seite ist clear. Oh Gott. Was zum Teufel? Wie viel du aushält? Ja, ich habe Kills. Kills, 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 Kills. Du musst mich heilen, Loco. Halt. Loco, du musst aufheben. Ich muss mich heilen. Warte, wir gehen. Dann gehe ich zur Zone da oben hin. Was denn gerade, ey? Heil dich erstmal. Und dann, Alter. Ich habe zwei Typen gesehen, wollte gerade das Feuer öffnen, dann kam auf einmal einfach reingelaufen. Komplett. Die Links habe ich beide gekillt, die habe ich im Laufen einfach mal so. Und durch. Danke, Mann. Alter, ey. Was war das denn gerade für ein Kram? Weißer, die Scheune müsste irgendwie einnehmen oder da irgendwie hinkommen. Wir dürfen hier aber auch nicht so viel rumrennen. Weil wir nur Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Ich brauche auf jeden Fall Käffler. Ich brauche auf jeden Fall Käffler. Ich brauche auf jeden Fall Käffler. Spieler, Spieler, 240, läuft da einen Berg runter. Was ist? Unser Berg oder Gegenhang? Ja, auf dem Gegenhang da, äh, südwestlich. Ja, genau. Da, okay. Da, okay. Hier, südwesten, direkt rund 40. Ja, ja, habe ich auch gesehen gerade. Ich sehe, hat der einen Mastrock? Wohin? 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 Auf wen schießt ihr jetzt so? Westen direkt. Ja, die stehen Westen oben an dem Baum, der noch ist. Ah, ich sehe sie. Ich habe halt keinen Medic mehr. Ich kann dir was droppen. Ja, dann bitte jetzt, 40 Sekunden kommt auch die Zone, ich habe auch keinen Helm mehr. Boah, wer meint, ey? 30 Sekunden, dann geht auch die Zone los. Wir müssen da zu diesen Häusern rennen, ganz schnell. Von da kam noch nix, also vielleicht könntest du sogar... Wir müssen jetzt laufen. Okay, los. Der hat keinen Budstock gehabt, Paddel. Ah, schade, okay, weiter. Ah, die Smoke liegt auch nicht so geil. Da liegt ein Typ bei dem Auto da vorne. Ja, getroffen. Der hat Kirmes. Ausgenommen. Weiter. Weiter, ja. Welche Scheune wollen wir einnehmen, die vordere oder die hintere? Da ist man ran ins Haus, oder? Okay. Ich gucke ein bisschen nach links hinten, so. Rechts noch einer. Links ist ein Auto aus drin, dem größeren. Achtung, ihn auf Zone, ähm, Westen. Boah, fuck, ey. In dem Hintergrund haus ist einer drin. Da, bei dir. Hab ihn gedauert, Paddel, der Typ. Laufen noch mehr. Ich habe einen Sniper, Suppressor. Ich habe zwei Sniper, Suppressor. Von hinten, Paddel, werden wir besnipen. In die Scheune, in die Scheune, kommt in die Scheune. In die Große. Da ist einer drin. 4 Kills, ich weiß nicht wo. Ich muss mich heilen. Ich gehe mal kurz ins Bad. Boah, alter, fickt die Henne, ey. Ich lege hier Sniper, Suppressor. Fato? Ja. Danke. Sind wir sicher, dass es sauer ist, den Faus? Ich habe noch einen für dich, Alex. Ich habe noch einen für dich. Nein, ich glaube nicht. Ich habe noch einen für dich. Achso. Okay, wer hat denn noch eine K98 oder irgendwas? Fankkiller, irgendjemand? Ich brauche einen Helm. Wir müssen hin. Ich habe noch einen Achter, Skull. Willst du das Achter, Skull haben? Achter, Skull habe ich. Hier ist ein Helm bei mir. Einer Helm allerdings nur. Ja. Ja, nimm du ihn erstmal. Ich habe noch einen kaputten Zweier. Ich gehe jetzt nach oben. Und gucke da oben jetzt. Ja, ich komme jetzt. Ja. Ja. Oh, safe. Clear. Er ist ja rausgerannt, ey. Hier liegt noch eine... Was ist das? S12. Aber wir müssen aber auch... Ja, S12. Ah, nee. Schade. Ich habe da... Äh. 240, 240, 255, 240. Da robbt einer auf dem Feld lang. Warte, warte. Ja, ich schneife ihn. Wo ist der? Er hat 10. Was? Wir müssen halt wieder jetzt aus dem Haus raus, Leute. Wir kommen hier nie wieder raus, wenn die uns jetzt da unten stehen. Granate irgendwo? Ah, Smoke. Okay, Smoke. Das ist der Team von hinten. Oben ist Clear hier bei uns. In dem Haus. Wir müssen aber noch eins weiter, Jungs. Funktioniert hier nicht. Ja. Warte, ich busse nochmal schnell. Links, bloß. Zwei Mann, zwei Mann. Einer direkt links. Bei diesem Auswulst. Und einer um die Hausecke. Einer noch um die Hausecke. Warte, ich kann nicht raus, wenn du da stehst. Kel, Kel, Kel. Weinen. Zone, wir müssen raus. Leute, wir müssen raus. Ja, und einer war links an der Hausecke. Genau, wirklich hier um die Ecke. Scheiße, der ist nicht da. Ja, der ist wahrscheinlich gelaufen. Na doch. Hä? Hä? Was? Der liegt da nicht durch. Irgendwo von rechts war noch was, Südwesten. Robin. Nein. Ach, das Hausgekämpf ist schlecht. Da kommst du so schwer wieder raus. Nein, nein, nein. Warte, nicht schießen, nicht schießen, Loco. Ruhig. Es sind, es ist 2 und 2. Süden einer. Einer ist süden. Ist ein Baum da. Einer. Okay. Werde ich nicht gesehen. Tun, tun. Medic, dich erstmal hoch. Ja, hab nicht viel. Warte, denk mal jetzt nicht schießen, ne? Letzter Balkenfall. Hattu, hast du noch einen Koffer für Loco? Ne, ich hab noch Bandagen. Okay. Sehr gut. Einer war bei dem Baum genau durch... Genau da, der linke mit der Gabelung. Beide, ist die beide. Beide. Fuck! Einer aus dem Koffer. Ja, gedowned. Nice. Und der andere läuft auf dem offenen Feld und leckt wie die Hölle. Push, push, push. Er kann ihn nicht aufheben. Loco pushen. Er ist an dem großen Baum mit der Gabelung. Da hat er nach? Genau, links. Weiter links. Der war links davon an dem Baum. An dem großen mit der Gabelung. Nein, den ganz großen. Ja, 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 ja. Den? Der war da links. Genau, hinter. Loco, du musst weiter. Ich bin ausgenockt. Heiß. Das hat Ende gemacht. Alter, ey. Holy moly. Drei Kills. Ah, vier. Sieben Kills. Oh, läuft. Thank you for traveling this Deutsche Bahn.